Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den aktuellen Nachrichten. Berlin. Top-Thema des Tages ist die Auslosung des Gewinnspiels von B&B Photography und Berlin Sugar. Erstmals wird hier direkt in den Nachrichten der Gewinner ermittelt. Bitte reichen Sie mir die Lustrumme. Äh, die Lostrommel bitte. Sorry. Herzlichen Dank. Ich werde jetzt den Gewinner für das anstehende Shooting inklusive Styling per Losverfahren zielen. Der Gewinner ist Nicole Faula. Mamp bist du? Ich kann nicht mehr Pods. Ich glaube nicht. Ich wäre gerade gut gest instance. Untertitelung des ZDF für funk, 2017